Oh, hallo liebe Freds. Mein Name ist Masut Akbazade und seit nun mehr als über 25 Jahren stehe ich und sitze auf den Bühnen der Welt. Sei es als Schauspieler oder als Stand-up-Comedian. 2016 habe ich mich ganz spontan entschieden, meine Karriere zu banden, als ich dazu eingewilligt hatte, eine Show auf Comedy Central zu moderieren. Dieser Werbedreh war das Highlight der ganzen Sendung. Boah, hatte ich Spaß. Bereue ich, dass ich diese Sendung gemacht habe? Nein. Okay, weil ich brauchte das verfuckte Geld. Okay, Leute, so läuft das Business. Ich brauchte das Geld. Vor einiger Zeit hat sich Fred Carbett bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich nicht vielleicht interessiert wäre an einer wöchentlichen oder monatlichen Rubrik auf ihrem YouTube-Kanal. Es sollten keine Reviews sein, keine Analysen, keine Interpretation, sondern einfach nur mein Senf. Ob ich einfach mal Senf auf Sachen geben könnte. Und ich meinte, ja. Ja, liebe Fred Carbett, Leute. Ich habe genug Senf. Mmh, Senf. Und hier bin ich nun, um für euch über Filme und Serien zu reden. Während meiner Tours als Comedian kommt es vor, dass ich am Ende noch ein wenig mit dem Publikum quatsche. Hier und da wurde gefragt, ob ich Animes schaue, bzw. welche Animes ich schaue. Und auch ihr, liebe Freds, habt ab und zu mal in den Kommentaren nach Animes gefragt. Und nun, ich habe eure Rufe erhascht und werde heute mit euch über Animationszeug meinen Senf geben. Viel Spaß! Diese Sendung wird nicht gesponsert von Bautzner Senf. Mmh, Bautzner Senf. Meldet euch doch bitte bei uns. Wir wären so interessiert an deiner Zusammenarbeit. Wie gesagt, mein Hauptberuf ist es nicht, Filme zu analysieren oder Serien zu schauen oder Sonstiges. Ich beobachte eigentlich eher so alles Mögliche und dann erzähle ich auf der Bühne darüber. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Animeserien angeguckt, angefangen, weil ich dachte, ich habe eh nichts zu tun. Guck dir das mal an. Das ist für so eine YouTube-Kolumne, da rede ich über Filme und Serien. Ich dachte, wir reden mal über Anime, weil Leute das wollten. Und ich bin da leicht überfordert manchmal, weil ich kannte noch Dragon Ball und Naruto und so eine Sache. Und bei Netflix sind auch sehr viele Anime-Serien. Und ich habe da mal reingeguckt, ab und zu eine Pause gemacht. Aber ich komme nicht klar. Ich gehe jedes Mal irgendwie, es gibt mir zu viele Plot-Twists. Plötzlich ist der eine mit dem zusammen und der ist dann plötzlich mal der, der ist jemand anderes. Nach einer Weile habe ich gemerkt, Alter, ich gucke jedes Mal eine andere Serie. Vielleicht zunächst einmal zu meinen Grundkenntnissen bezüglich dieser Thematik. Animation, Anime, Manga. Die Standard-Animes, die kenne ich wohl. Aber bevor wir weiter reden über Animes, reden wir doch über Animationsfilme, die ich persönlich sehr toll finde. Eine bestimmte Kategorie, um genau zu sein. Nämlich die, in der die Zeichentrick-Welt, die Cartoon-Welt, auf die reale Welt trifft. Und ganz recht, Leute, ich habe eine reale Welt so gemacht, weil ich eine ganz andere Wahrnehmung habe von der Realität. Haben wir das jetzt etabliert? Schön, weiter geht. Ein Film, der in diese Kategorie fallen würde, wäre Space Jam mit Michael Jordan und den Looney Tunes. Demnächst, so munkelt man seit Jahren, soll es eine Fortsetzung geben mit einem anderen sehr prominenten Basketballspieler. Ein anderer Film, den habe ich vor kurzem auf Amazon angefangen, ist ein Film mit Brad Pitt in der Cartoon-Welt. Ich habe ihn nicht, ich, nee, hab, nee, ich, nee, hab ich nicht. Wir sind gleich wieder für Sie da. Sorry. Die Maske mit Jim Carrey fällt zwar nicht direkt in dieses Genre, nichtsdestotrotz finde ich aber, da sind sehr viele Charakteristiken drin. Und er ist ja auch sehr inspiriert von dieser Cartoon-Welt, weil man ja auch sagt, je nachdem, wer diese Maske trägt, so wird auch die Fähigkeit und die Kraft geäußert. Und ich glaube, da fällt die Maske schon sehr in dieses Schema da. Eine andere Geschichte in diesem Rahmen wäre Rocket Doodle, wo es darum geht, dass ein junger, attraktiver Hahn jeden Morgen die Farben weckt mit seinem wundervollen Gesang, bis auf einen Morgen, wo er in einem Kampf verwickelt war mit einem Raben oder einer Krähe. Ich möchte hier keinen Vogelrassismus äußern, ich habe keine Ahnung. Und dann schafft er es nicht, die Leute, die die Farm zu wecken. Und die ganzen anderen Tiere, asozial wie sie sind, verbünden sich gegen diesen Hahn, weil die werden von irgendeinem Typen angestachelt. Und dann vertreiben sie ihn aus der Farm. Ein kleiner Junge liest ein Buch und wird dann entführt in diese Cartoon-Welt, wo sie dann versuchen, diesen Rocket Doodle, diesen Hahn, wiederzufinden. Und er erlebt ein Abenteuer, wie er noch nie ein Abenteuer erlebt hat. Mein absoluter Lieblingsfilm dieses Genres ist aber Who Framed Roger Rabbit? Liegt es an der superheißen Jessica Rabbit in diesem Film? Vielleicht aber auch daran, dass Robert Zemeckis da Regie führt, bekannt aus Forrest Gump und auch Zurück in die Zukunft. Übrigens, der Doc hat auch eine Rolle in diesem Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt, er ist sehr krass maskiert. Der viel zu früh verstorbene Bob Hoskins spielt in diesem Film die Hauptrolle. Neben Roger Rabbit. Nachdem der Film ja, der ist ja im Titel. Bob Hoskins kennt ihr vielleicht aus der realen Super Mario-Verfilmung. Leider ist der Film ein wenig gefloppt. Was ich schade fand, weil ich fand den Ansatz sehr interessant. Man hat damals gesagt, dass diese Cartoon-Realwelt-Verfilmungen sehr komplex seien. Aber ganz ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich sollte doch in der Lage sein, auch ein wenig Zeichentrick-Fund zu haben. Ich habe mir also ein Grafik-Tablet geholt. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingern. Ich habe einfach Geld ins Internet geworfen und auf das Beste gehofft. Kurze Zeit später kam das Paket. Es hatte alle möglichen Extras. Sogar einen Handschuh. Diese Kraft in diesen Händen. Ich komme mir vor wie das Phantom der Oper, nur als Hand. Ich habe gemalt, wie ich noch nie zuvor gemalt hatte. Tag ein, Tag aus. Natürlich war gesunde Ernährung sehr wichtig. Und dann war es endlich soweit. Nun konnte auch ich, der bescheidene Massoud Akbarzade, Teil dieser aufregenden, abenteuerlastigen Cartoon-Welt sein. Drama. Und fertig. Hi, ähm, kannst du reden? Ja. Oh mein Gott, wie crazy! Äh, wie geht's? Gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe dich gemalt. Du, okay. Hast du irgendwelche Fragen oder so? Ist das mein Spiderman-Bademotel? Ja, das ist unser. Wir sind gleich. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen oder so? Ich, 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 ne. Wollen wir vielleicht irgendwas spielen? Ne, ist okay. Ja. Gut. Was soll ich euch sagen, Leute? Manchmal ist die Illusion einfach besser als die Realität. Okay? Ich dachte, ich quatsch mal Vivian und Klaus an. Vivian kannte ich noch aus meiner Open-Mic-Zeit in Köln. Sie hatte dort den Laden, wo die ganze Veranstaltung stattfand. Man konnte in dem Laden nicht nur mega geile Cornflakes essen, nein, man konnte auch Super Nintendo und Nintendo und Playstation-Spiele zocken. Außerdem, wie gesagt, gab es einmal im Monat die Möglichkeit für Newcomer, ihr Material zu testen. Aufgrund der Surroundings von den beiden dachte ich mir, die zwei kennen sich mega aus mit Anime. Zunächst einmal brauchte ich aber die richtige Vorbereitung. Ach ja, und kurz vor dem Gespräch dachte ich mir, ich suche noch ein paar Anime-Slang-Begriffe raus, um die Kids ein wenig zu beeindrucken. Hörst du uns? Ja! Ach, scheiße, dann ist das echt das Mikrofon gewesen. Was geht denn ab? Jetzt seid ihr eingefroren. Die Intel-Verbindung ist instabil. Ich sehe euch, ich sehe euch. Okay, jetzt, sag mal was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Ich kann auch weiter, aber ich wollte nicht angeben. Jetzt. Schön. Du hörst uns, wir und ich. Na, ihr zwei, wie geht's denn so? Warte mal, das war mein Plan hier die ganze Zeit, was zu essen, okay? Warum hast du keinen Joker-Anzug an? Ich hatte eine große Auswahl an Klamotten und ich dachte, ich kleide mich als junger Schuhnen. Ich hab mir extra Slang-Begriffe rausgesucht, weil ich dachte, da finde ich gefallen bei euch, aber ihr habt auf nichts reagiert. Was ist ein Jao und ein Juri? Ja, genau. Ja, die kennt das nicht. Was ist ein Kamidere? Ein was? Ein Kamidere. Ich frag dich mal ab, Jandere. Loser. Es gibt ja Manga, Anime und Hentai, aber Hentai ist ja auch gezeichnet und dann manchmal auch geanimiert. Du hast mir auch so diese Sexy-Mexy-Comics gegeben, Vivi. Hast du sie dir schon durchgelesen? Ach ja, vor einiger Zeit hat mir Vivian zum Abschied ein paar sehr interessante Comics mitgegeben. Oh, wow. Nein, die sind auf dem Dachboden. Du Lügner! Ich hatte eine Frage, welche Animes würdet ihr mir denn empfehlen? Wenn ich euch sage, welche mir gefallen hatten, mir hat Elfenlied gefallen, Death Note, Samurai Champloo, Afro Samurai fand ich mega geil. Ja, das ist Death Note. Boondocks habe ich nicht geguckt, aber Black Diamond habe ich geguckt. Nee, nee, Black Dynamite. Findest du es gut? Was war? Boondocks. Ja, richtig lustig. Hast du Cannon Busters geguckt? Ja. Es gibt auf Netflix bis jetzt aber nur eine Staffel mit diesem Paddy-Wack-Auto, was sich dann in so einen Stier-Bullen verwandelt. Ja, 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 ja. Und der Typ, der ja nicht sterben kann. Genau, ich fand es ziemlich interessant. Was war das nochmal? Great Pretender auf Netflix ist auch richtig nice. Ich habe zum Beispiel auf Death Parade geguckt und Jojo's Bizarre Adventure und Kishibe Rohan. Ja, Kishibe Rohan. Wie fandest du das? Cool. Also diese einzelnen Geschichten und so. Also ich, meine Schwester, die hatet den Zeichenstil von Jojo's Bizarre Adventure. Der ist ziemlich aggressiv. Ja, ja, ja. Und sie muskeln auch Muskeln und so. Es war sehr metrosexuell bei Kishibe Rohan. Es ist mir ein bisschen zu metrosexuell. Wir zeigen deinen Arschseitenmuskulatur. Und äh... Wolltest du es doch verrückt haben. Ja, ich denke so, das ist okay. Aber auch, wenn diese Psyche-Momente kommen, dann ist dieses aggressive, dieser aufdringliche Zeichenstil ist dann nochmal so voll in your face, wo diese Zunge anfängt zu reden. Ja, ja, ja. Das ist total intens auf einmal. Plötzlich so ganz random wird uns erklärt, dass er Superkräfte hat, dieser Typ. Dass er einfach die Leute als Buch machen kann. Aber der ist ja so ein Side-Character gewesen aus Jojo's Bizarre Adventures, ne? Wurde gesagt, dass der eigentlich ein Spin-Off-Serie ist. Stand bei Wikifandom. Also so Fan. Aber Jojo's Bizarre Adventure ist total eskaliert. Weißt du, du hast diese zwei Snobs. Dieser eine, der überhaupt gar keine Manieren hat. Und dann merke ich erst, ach so, er war die ganze Zeit 16. Weil die schon alle so erwachsen aussehen. Natürlich hat er keine Manieren, er ist ja auch ein Kind. Und plötzlich wird er eine zum Vampir. Und total eskaliert. Ja, ich hab's aber nicht weiter geguckt. Noch nicht. Ich seh's ja hier nur auf Englisch. Und da ist es mir teilweise zu versnobbt. Also die reden extrem. Das ist richtig gay, ne? Ja, die reden extrem. Ich wollte es nicht sagen, aber die zwei Serien, die sind ein bisschen schwul. Aber ich guck's trotzdem. Was sagt meine Schwester auch? Äh, ja. Ohne no, no hate. Weißt du, es ist einfach nur so, küsst euch endlich. Weißt du, ich gucke jetzt immer nur so, was soll diese Rivalität, wenn ihr einfach eindeutig nur miteinander schlafen wollt. Dürfen wir das überhaupt reinbringen? Zur jetzigen Zeit. Ich darf alles, ich hab keine Karriere, die verloren gegangen sein kann. Ah, 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 Cowboy Bebop. Ist auch ein älterer. Ja, ist es das mit dem Fahrrad? Oder war das Golden Boy? Das war Golden Boy. Okay, Cowboy Bebop. Cowboy ist mit Weltraum, Zukunft. Ich erinnere mich. Der ist echt gut. Der ist so gut, dass ich die letzte Folge nicht geguckt habe, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht. Kann ich voll nachvollziehen. Das sind diese Serien, die eine Zeit lang auf MTV oder Viva nachts liefen. Ich kann mich erinnern. Was würdet ihr sagen, wie welche Anime-Figur ich aussehe? Eindeutig Lissop, ja. Ich glaub schon, dass du mit Steinschleudern und so umgehen kannst. Du würdest so kleinen Kindern ins Gesicht schießen, auf jeden Fall. Okay. Ja, ich bleib bei Lissop. Ja, okay, später wird Lissop echt krass. Lissop wird ja wirklich krass. Ohne zu spoilern, Lissop wird eigentlich krass. Ich habe One Piece angeguckt damals und jetzt vor drei, vier Jahren hab ich nochmal weitergeguckt, also nochmal von vorne geguckt, als dann dieser Schiffsbauer dazu kam. Franky mit dieser Nase. Franky! Ich würde echt empfehlen, weiterzugucken. Allein schon, weil gefühlt jeder, der One Piece guckt oder anfängt, glaube ich, einen Charakter findet, der halt... Hoppala. So wie es aussieht, ist der Senf alle. Ich glaube, wir müssen nächsten Monat weitermachen. Sorry. Aber keine Sorge, bevor ich euch in den Feierabend entlasse, gibt es noch einen kleinen Nachtisch. Die Sache mit mir und Lissop, die wurde schon öfter erwähnt. Weil ich keine Lust hatte, mich zu kostümieren wie Lissop, dachte ich mir, hey, ich gehe mal auf Fiverr und suche jemanden, der mich malt als Lissop. Fiverr ist so eine internationale Seite mit allen möglichen Arten von Künstlern und Arbeitern und was auch immer. Im Grunde genommen bezahlst du einfach jemand anderen, dass er deine Hausaufgaben macht oder deine Arbeit. Ich habe also einem dieser Fiverr-Künstler mein aktuelles Personalausweisfoto geschickt und ihn gebeten, mich zu Lissop zu verwandeln. Kurze Zeit später hatte ich auch schon eine Antwort. Okay, jetzt sehe ich es auch. Wow. Ich hoffe, ihr hattet mit der heutigen Kopfkino-Folge genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, dann hinterlasst ein Like und Kommentar. Ihr wisst schon, das Algorithmus ist wegen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei Kopfkino. Die Themen nächstes Mal. Ich werde mit einer Cosplayerin reden. Mit einer Eidechse lachen. Das ist dann gerade jetzt lustig. Ein wenig über die Netflix-Serie Inuashii in-in-in-die Serie reden und es gibt noch mehr Verrücktes aus der Toon-Welt. Ach ja, und falls ihr Bock habt, so eine Tasse zu gewinnen, malt mich als Anime-Figur und schickt uns die Sache auf die Instagram-Seite von fredcarpett. Viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, ich rede dann mit euch über Gintama. Steht ja im Kommentar. Keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Ciao. Mmh, lecker. Senfig. Köhle